das erste ist geschafft dieser dachdings ja scheiße der ist kaputt gegangen es war wieder fräspause ich habe ich hier drunter muss hingelegt da wird sich viel viel angenehmer pennen kann und da ganz hinten im wald da höre ich so richtig richtig düstere geräusche so als ob irgendwie zwei elche oder zwei bären oder so miteinander kämpfen tun also mir wäre jetzt nicht bekannt dass es hier elche oder bären gibt deswegen tippe ich auch vielleicht auch fürche oder sowas prüfen ob die diese tiere die diese geräusche verursachen herkommen und vielleicht mal nicht stören lecken oder so während des nicht schlafen so während des nicht schlafen